Ich stehe hier am Lütze Stand auf der SPS 2019 in Nürnberg mit Udo Lütze, dem Inhaber der Lütze International Group. Herr Lütze, Sie präsentieren hier auf der Messe im Bereich Schaltschrankverdrahtung ein neues System speziell für kleinere Schränke und Schaltkästen. Ja, schönen guten Tag. Wir stellen diesmal das Airstream Kompaktsystem vor. Sie sehen es auch hier direkt am Objekt. Es handelt sich um ein modulares, kompaktes System, speziell entwickelt für kleinere Schaltschränke, womit wir natürlich gerade im Sondermaschinenbau Sonderlösungen anbieten können. Neben dem Platzgewinn innerhalb des Schaltschrankes ermöglicht Airstream auch ein deutlich verbessertes Raumklima und eine nicht unerhebliche Einsparung von Energie und CO2 bei der Schaltschrankkühlung. Ein Thema, das in Zeiten der Erderwärmung immer aktueller wird. Wohin geht die Airstream-Reise zukünftig und was steht auf Ihrer Roadmap? Ja gut, mit Airstream wollen wir uns ja genau diesen Themen annehmen, die Sie gerade angesprochen haben. Und wenn ich zurückblicke in die Historie, wir haben ja mit dem LSC-Vertrahtungssystem angefangen. Dieses System hat schon gewisse Themen angedacht. Wir haben mit LSC schon angefangen, uns um den Raum im Schaltschrank zu kümmern, den optimal zu nutzen. Da ging es zunächst mal um die Packungsdichte, dass wir kompakter bauen. Jedoch Sie wissen, wenn wir kompakter bauen, dann haben wir auch viel mehr Komponenten drin, die sich erwärmen, die Abwärme generieren und die für ein zeitweise schlechtes Klima sorgen können. Das wollten wir natürlich optimieren, haben wir mit Airstream auch geschaffen und sorgen dann auch über eine bessere Luftzirkulation, dass die Geräte länger leben. Und Airstream Kompakt trägt dazu bei? Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Genauso wie Airstream Modular hat Airstream Kompakt natürlich genau die gleichen thermischen und Platzvorteile, die wir im normalen System auch anbieten. Dann erweitern Sie somit den Einsatzbereich von Airstream? Ja, genau. Es handelt sich hier um eine Produkterweiterung. Wir haben nun also eine komplette Palette vom kleinsten Schaltkasten bis hin zu großen Applikationen, wo Sie mehrere Felder zusammen haben. Können Sie alles mittlerweile mit Airstream abdecken. Vielen Dank für das interessante Gespräch zum Airstream Kompaktsystem.